Hey, ich bin's wieder, Ludwig, dein BodyVital Trainer. In diesem Video geht es um drei Übungen für Anfänger oder fürs Büro. Los geht's nach dem Intro. Nicht vergessen, solltet ihr das Video gefallen haben, dann hinterlasse mir ein Abo. Los geht's! Wir setzen uns gerade hin, legen die Hände auf die Beine, beginnen an einen Gegendruck und gehen leicht das Bein hoch. Nicht mehr ganz absenken und wieder drücken gerade, auch auf die Sie nicht, dann nehmen wir die Beine. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.